Und damit sage ich willkommen zurück zum zweiten Teil der heutigen Marktbesprechung. Hier der Blick in die USA, in den Wirtschaftsbericht, das Biespuck für die aktuelle Ausgabe sozusagen. Und da schauen wir auf das, was hier den Markt bzw. die USA bewegt. Bevor wir uns das Ganze jetzt hier im Detail anschauen, möchte ich an dieser Stelle gerne allerdings noch einmal hier den Risikohinweis auch mit reingeben. Das heißt, an dieser Stelle bitte darauf achten, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und damit blicken wir einfach mal rein ins Biespuck der USA. Das haben wir diese Woche bekommen. Für diejenigen, die es noch nicht wissen, was genau das Biespuck ist. Das Biespuck ist ein Marktbericht aus den USA. Der wurde 1970 ins Leben gerufen und gibt uns und auch der FED sozusagen hier einen Überblick über die aktuelle wirtschaftliche Situation in zwölf wichtigen Verwaltungsbezirken. Und daran misst die FED, die FED wohlgemerkt, nicht irgendwer anders, sondern die FED einfach auch ab. Was ist denn jetzt notwendig an Maßnahmen, um die Wirtschaft entsprechend zu stützen, beziehungsweise wenn etwas im Überpacing-Bereich ist, dagegen zu arbeiten an dieser Stelle. Das Ganze wird gemacht. Wie schon gesagt, befragt werden hier Banken und Branchen, Experten, Unternehmenslenker und auch Ökonomen. Wen das Ganze interessiert an dieser Stelle, da kann auch reinschauen ins Board of Governors of the Federal Reserve System. Das Ganze einfach mal googeln. Da haben wir es da, wie schon gesagt, achtmal pro Jahr gibt es das. Zweimal bekommen wir es dieses Jahr auch noch und zwar immer zwei Wochen, bevor die FED hier entsprechend auch mit tätig wird. Und was wir hier sehen, sind sozusagen immer wieder Auswirkungen auf entsprechend die Gesamtwirtschaft, auf den Arbeitssektor und auf die Preisentwicklung. Diese drei Dinge sind wichtig für eine Wirtschaft und wenn wir uns das Ganze hier einfach mal auch anschauen wollen, die gesamtwirtschaftlichen Aktivitäten, da starten wir mal ganz kurz durch. Und es ist jetzt hier keine Überraschung zu hören, dass die zwölf Distrikte gesagt haben, okay, es wächst langsam weiter hier. Also das heißt, wir haben hier eine weitere Verbesserung der gesamtwirtschaftlichen Aktivitäten in den meisten Distrikten. Aber und jetzt kommt das Thema, ich habe es ja gerade gesagt, Covid-19 ist hier an dieser Stelle, dass die Achillesferse der US-Wirtschaft, auch der US-Wirtschaft hier, das Ganze ist weiterhin deutlich noch unter dem Niveau von Covid-19. Und das sieht man auch im Fortgang, da machen sich auch einige noch wirklich richtige Sorgen um dieses Thema. Das verarbeitende Gewerbe profitiert momentan am besten davon. Das war ja auch das, was am Anfang auch extrem stark mit gelitten hatte, ja, neben dem Einzelhandel. Warum kommt jetzt hier so langsam wieder die Besserung rein? Wir sehen es an den Häfen und im Transport- bzw. Vertriebssektor. Kriegen wir langsam wieder deutliche Aktivitätssteigerungen rein? Und das merkt natürlich auch das verarbeitende Gewerbe. Die Konsumausgaben, was ja für die USA auch sehr, sehr wichtig ist, die steigen weiter. Beim Thema Konsumausgaben ist im aktuellen Bericht zu lesen, dass die Fahrzeugkäufe sehr, sehr stark davon profitierten. Also hier, wir bekommen gemeldet, starke Fahrzeugverkäufe. Verbesserungen auch in der Tourismusbranche und im Einzelhandel, auch wenn da alles noch weit, weit weg von vor Covid-19 ist. Wir sehen es bei den Gesamtausgaben, sehen wir es auch, das Ganze deutlich unter dem Niveau von vor Covid-19. Das ist jetzt auch keine Überraschung, wenn wir uns das Ganze mal anschauen. Der Einzelhandel, das ist alles noch ein bisschen, ja, sag ich mal, nicht so schön wie vorher. Man muss mit Masken rein und, und, und. Das weiß man ja selber. Dem einen macht es nichts aus, der andere sagt sich, das ist überhaupt nicht meins. Da gehe ich mal lieber in den Onlinehandel. Das merkt man dann natürlich auch im Tourismusbereich. Wir sehen es, da ist einiges, was nicht so gut läuft. Das sehen wir hier bei uns in Deutschland ja auch. Aus diesem Grund, es geht so langsam wieder los. Aber dass es losgeht, ist ein gutes Zeichen. Das zeigt uns einfach, dass genügend Geld noch in der Bevölkerung vorhanden ist, um hier sogenannte Ausgaben in diesem Bereich auch zu machen. Und das ist schön, wenn sich das Ganze wieder bessert und der Markt, der Arbeitsmarkt auch stabil bleibt, sich auch Stück für Stück vorantreibt. Das ist dann ein positives Zeichen. Dann geben die Leute halt auch Geld aus. Und wenn wir mal sehen, dass die Fahrzeugverkäufe auch angestiegen sind, ich hatte das in einer meiner letzten Besprechungen hier aus der wirtschaftlichen Seite auch mit angezeigt, man kauft sich ja kein neues Auto, zumindest der normale Mensch, wenn er negativ in die Zukunft schaut. Wenn er sagt, ich verliere meinen Job und brauche kein neues Auto, dann kaufe ich mir auch kein neues Auto. Und dass wir hier Fahrzeugverkäufe im Anstieg sehen, das könnte durchaus ein erstes Indiz dafür sein, dass es hier Stück für Stück auch nachhaltige Besserungen gibt. Der Gewerbebau, also im Thema Bausektor, der ist ja für die USA auch sehr, sehr wichtig. Und da haben wir zwei Marker, die wir hier immer wieder unterschreiben. Das ist einmal der gewerbliche Teil und dann der Retail, also der Wohnimmobilienbereich in diesem Bereich. In diesem Bereich, das wird immer so ein bisschen unterschieden. Und wir sehen hier im Gewerbebau, da haben wir einen deutlichen Rücklauf, aber der Wohnungsbau, der ist stark. Und das ist ein positives Zeichen. Das heißt, die Privatleute investieren dort wieder. Und das sehen wir auch weiter bei den gesamtwirtschaftlichen Aktivitäten. Die Wohnungsverkäufe sind auch angestiegen. Das heißt, hier an dieser Stelle haben wir einen Markt, der gefragt wird, wo wir auch Preissteigerungen haben. Und die Preissteigerungen kommen mittlerweile durch die sogenannte Angebotsknappheit. Das heißt, der Markt kommt gar nicht hinterher, die Wohnungen so schnell zu bauen oder die Häuser so schnell zu bauen, wie sie nachgefragt wird. Und ein Zeichen für das Thema, dass der private Immobiliensektor auch sehr, sehr stark ist, den haben uns die Banken gegeben. Bei den Banken ist die Kreditnachfrage leicht angestiegen. Und wir haben hier noch einen Hinweis bekommen, solide Hypothekennachfrage. Also, wer sich ein Haus oder eine Wohnung kauft, kauft das in der Regel auf Kredit. Es ist ja nicht jeder Millionär in den USA. Das heißt, man kauft das Ganze auf Kredit, auf Pump. Und damit wird nachgefragt und die Banken melden, wir haben eine solide Nachfrage in diesem Bereich. Und das deckt, Entschuldigung, das deckt sich sehr, sehr schön mit dem Bereich hier zu den Wohnungsaktivitäten. Mit Blick auf den Agrarsektor, das ist so wirklich eines der am stärksten leidenden Felder. Hier haben wir niedrige Preise und das belastet weiterhin den Agrarsektor. Und der Energiesektor ist ebenfalls weiterhin angeschlagen. Das ist auch ganz klar, die Wirtschaftsaktivitäten, die sind halt noch weit, weit hinter dem, was wir vor Covid-19 hatten. Und der Wirtschaftssektor ist halt ein sehr, sehr großer Energieverbraucher. Und solange wie dort nicht ordentlich wieder, sag ich mal, gearbeitet wird, wird auch der Energiesektor weiterhin leiden. Im groben Gesamtbild kann man ja sagen, die anhaltenden Unsicherheiten von Covid-19 belastet den Ausblick. Und zwar hier über die gesamten befragten Distrikte. Machen wir weiter mit dem zweiten Blick. Und zwar, ich hatte es ja gesagt, das ist der Arbeitsmarkt. Arbeitsmarkt ist wichtig für die Binnenkonjunktur in den USA. Und da sehen wir hier auch weiter einen Anstieg der Beschäftigung. Das haben wir auch die aktuellen Zahlen gesehen, die wir diese Woche auch schon mit da hatten. Zwar waren die Analysten an manchen Stellen ein bisschen anders unterwegs. Aber im Vergleich zu den letzten Zahlen haben wir hier Anstiege. Das sehen wir auch hier. Der Anstieg der Beschäftigung ist da. Und es wundert nicht, dreimal dürfen Sie raten, wo der besonders starke Anstieg ist. Ganz klar, wir haben es vorhin gesehen, das verarbeitende Gewerbe wächst. Die brauchen natürlich auch Arbeitskräfte. Deswegen hier besonders stark im Bereich des Arbeitsmarktwachstums ist das verarbeitende Gewerbe. Aber es gibt auch hier eine Seite, die nicht so schön ist. Man hat ja immer gesagt, okay, während der letzten, während des Lockdowns und der leichten Aufhebung des Lockdowns, da war es ja so gewesen, dass einige Unternehmen versucht haben, die Mitarbeiter so lange es geht zu halten. Da wurde teilweise auch sozusagen mit Beurlaubungen gearbeitet und, und, und. Und wir bekommen jetzt im Dienstleistungssektor die Meldung über den Ticker gegeben, dass es hier teilweise Entlassung beurlaubter Mitarbeiter gibt. Das muss man sehen. Gut, der Arbeitsmarkt in den USA ist auch ein bisschen anders als der bei uns in Deutschland. Die haben Hire of Hire, das Ganze, das ist dort auch mal schneller wieder eingestellt. Nur, das ist die Sache, die wir jetzt damit haben. Was ein bisschen hinderlich für das Wachstum am Arbeitsmarkt ist, das kennen die Deutschen hier ja auch, ist das Thema die Verfügbarkeit von Kindertagesstätten, beziehungsweise auch das Thema Schule, Kinder, die normal in die Schule gehen und dann den Hort brauchen, also die Betreuung hinten dran. Das ist ein bisschen tricky in den USA momentan und das ist etwas hinderlich für das Wachstum am Arbeitsmarkt. Mit Blick auf die Löhne, ja gut, das ist keine Zauberei. Da gibt es nicht wahnsinnig viel Bewegung. Es ist alles relativ stabil. In manchen Bereichen gibt es mittlerweile sogar teilweise Aufhebungen von angekündigten oder durchgeführten Lohnkürzungen. Und wenn wir uns jetzt mal noch die Preise anschauen, ja gut, da haben wir schon gesehen, was die Inflation macht. So richtig Druck auf die Inflation kommt nicht auf. Wir haben einen leichten Anstieg des Preisdrucks seit dem letzten Bericht, aber nichts Gravierendes. Also man braucht sich hier keine Sorge zu machen, dass wir jetzt plötzlich eine gigantische Inflation an den Märkten bekommen. Der ein oder andere, der jetzt gegen die Modern Money Theory ist, dass sie sagt, oh Gott, das ganze Geldgedrucker an den Märkten, das führt irgendwann zu einer Hyperinflation. Das kann theoretisch passieren, aber Leute, das erzählen die jetzt nicht erst seit heute, sondern das ist schon seitdem dieses ganze Pump in den Markt mit dem Geld gelaufen ist. Das heißt, das haben wir seit Beginn der letzten Finanzmarktkrise, als es da gecrasht hat mit Thema Lehman. Da wurde das Ganze ja auch exzessiv gemacht. Aber solange dieses Geld jetzt nicht heftigst in die Märkte fließt und die Nachfrage hier nach oben treibt, braucht man sich da aktuell keine Sorge zu machen. Wir sehen es hier an dieser Stelle noch nicht. Und deswegen hat das Geld, was in die Märkte fließt, momentan keine Auswirkung auf die Verkaufspreise. Die Einkaufspreise, wenn man sich das mal anschaut, die sind teils stärker geschrieben als die Verkaufspreise. Bei dem Thema Bau allerdings muss man mal sehen, dadurch, dass so viel gebaut wird, ist da natürlich sehr, sehr hohe Nachfrage. Und das ist so ein Thema. In einigen Teilen gibt es das Ganze und das billige Geld macht halt bestimmte Sachen teurer. Hier gab es beispielsweise in den USA Lieferengpasse. Bei Bauholz in den USA werden viele Häuser aus Holz gebaut, anders als bei uns in Deutschland. Da ist natürlich die Frage nach Holz sehr, sehr groß. Und das führt dann entsprechend zu Preissteigerungen. Bei uns in Deutschland ist es übrigens Beton, der teurer geworden ist. Die Preise dort gehen durch die Decke. Teilweise fehlen die Rohstoffe. Ich habe mich neulich mit jemandem unterhalten, der sozusagen in diesem Sektor tätig ist. Der sagt, Leute, wir kriegen keinen Sand mehr ran. Leute, überlegt euch das mal. Der Sand wird knapp. Der wächst ja auch nicht einfach nach. Bäume kann man pflanzen, Bauholz kann man nachziehen. Sand, wenn er weg ist, ist er weg. Keine Ahnung. Also das haben wir hier bei uns in Deutschland auch. Aber wie schon gesagt, wir sind jetzt hier in den USA bei den Preisen. Mit Blick auf den Transportsektor, sei noch genannt, die Güterverkehrsdaten oder Raten, die steigen an. Es wird wieder mehr produziert. Thema Transportation Index. Das hatte ich ja auch schon mal gesagt. Wenn wir da mehr Produkte durch die Gegend geschippert bekommen, dann heißt es halt auch, wir haben eine höhere Nachfrage. Das kann dann mittelfristig dazu sorgen, dass die Preise hier auch steigen. Das Ganze ist jetzt hier mal genannt. Das wird sich mittelfristig möglicherweise auch auf die Kosten für die Transporte mit umlegen. Aber momentan ist da jetzt kein großer Preisdruck. Einzigst, wo wir hier Preise nicht so schön sehen, ist in dem Einzelhandel. Wir haben im Einzelhandel eine relativ schwache Nachfrage. Grund dafür sind einfach die langsameren Preisanstiege durch die langsamere Nachfrage. Das also hier der Blick in das Biespuk. Kurz und knapp mal zusammengefasst, was wir momentan in den USA haben. Und dann muss ich sagen, allen an dieser Stelle ein schönes Wochenende. Ganz lieben Dank für das Zuschauen an dieser Stelle. Und ich sage mal, den Bericht am Sonntag. Also das Research am Sonntag, das veröffentliche ich wieder. Und wir sehen uns dann am Montag wieder an gleicher Stelle um 8.30 Uhr zur Live-Besprechung. Der merkt, ich bin gespannt, was heute passiert und wie wir nächste Woche in den Handel starten. Danke fürs Zuschauen. Allen einen erfolgreichen Tag und bis nächste Woche. Tschüss.